So, ich befinde mich jetzt hier in der Nähe von Darmstadt und hier oben ist Frankfurt, also da geht es Richtung Norden von uns aus gesehen und hier geht es Richtung Süden, Richtung Heidelberg, ich bin dazwischen. Das Problem ist, oder es könnte ja mal sein, ich habe jetzt noch 74 Kilometer im Akku, das sind so noch ein bisschen über 20% bei mir. So, das bedeutet, selbst mit diesen 74 Kilometer, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt nur noch so ein bisschen über, könnt ihr mal ganz kurz gucken, wie viel das jetzt sind. Gehen wir mal auf Display und gehen hier auf Energie, so Energie, dann haben wir noch genau 20% drin. Übrigens bei 20% geht der Wächtermodus auch aus. Jetzt gehe ich mal auf Distanz, hier aus. So, ich habe noch 20% im Akku und muss aber jetzt doch geschäftlich irgendwo hin, ja. Das heißt, komme ich mit diesen 20% noch irgendwie hier zum Supercharger. Wo sind die überhaupt? Ja gut, da kann man sie sehen, da oben ist einer und hier unten ist einer. Das geht aber noch ein bisschen komfortabler. Man tippt hier drauf, geht auf den Supercharger. Und dann kommen die hier. Ich habe jetzt die anderen kleinen Stationen ausgemacht, weil ich möchte zum nächsten Supercharger. Der wäre Richtung Süden am Hirschpark in 30 Kilometer der nächste. Oder ich fahre, Moment, ich gucke mal ganz kurz, das wäre der Buchstabe A. Das heißt, Buchstabe A wäre Richtung Süden. Das wäre der hier. Der ist übrigens sehr stark immer frequentiert. Da sind nur noch zwei frei von, können wir gleich mal gucken, ich gehe mal auf das A. Da sind noch, nee, sechs Plätze frei von acht. Zwei waren belegt. Die roten waren belegt, also genau umgekehrt, wie ich gesagt habe. Sechs sind frei, zwei waren belegt. So, jetzt, das wäre Richtung Süden, also A, 30 Kilometer. Was wäre hier oben G? Schieben wir mal hier hoch. A, B, C, D, E, F, Kaiserslautern, das ist eine andere Richtung noch. Das brauchen wir nicht angenommen Richtung Eschborn. 40 Kilometer, das wäre der Buchstabe G. Das wäre hier oben in Frankfurt. Also könnte ich locker entweder nach Norden und dann von hier aus laden und dann ab nach Köln oder Hamburg in die Richtung hoch. Oder hier runter Richtung Heidelberg, also hier und dann Richtung Heidelberg, Stuttgart und dann könnte ich von hier aus abhauen. Also ich könnte mit den 20% dem Akku immer noch nach oben abhauen und nach unten. Müsste halt natürlich kurz hier laden, auch in Supercharger. Aber da bin ich ja eine Viertelstunde eh wieder durch den Wind und weg. Können wir mal ganz kurz hier oben drauf drücken auf G. Das sind übrigens auch, hier sieht man, das sind eine Menge. Zwei sind belegt von, das sind glaube ich viele, weil der schwarze Balken ist doch recht lang. Oh ja, 14 von 16 Plätzen frei. An dem Supercharger bin ich noch nie gewesen. Scheint ein großer zu sein. 14 von 16 frei. Also 20% dem Akku reichen, dann kommt man noch überall in ganz Deutschland hin. Tschüss. Musik Musik Musik